und damit herzlich willkommen zurück liebe leute wir sind wieder da total extreme wrestling 2005 oder 2005 yo tb 25 ja und jetzt habe ich euch versprochen im letzten part der wieder ewig ging wir starten die show und gucken was bei rumkommt ach ja ha 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 ich trottel wir müssen natürlich erst mal sehen wo wir die show starten natürlich in europa und wir sagen in zentraleuropa maximum size enorm nicht minimum big big und maximal dass es sollte schon ein bisschen deutsch da gesprochen werden und ansonsten würde ich sagen was haben wir ausgewählt pure westling einfach mal close wir haben die allianz arena noch mal die allianz arena habe die arena borussia park ich will aber natürlich ihr kennt mich ihr wisst wo ich hin will wo haben wir denn wo haben wir denn langs arena ist in köln munich olympia stadium o2 world in berlin mit wo steht denn hier wäre wie big das sollte für uns reichen und wir unterschreiben jawohl und damit können wir das ding doch endlich starten booking screen wo haben dann habe ich ganz vergessen und jetzt aber jetzt starten wir kommt jetzt starten wir ja ja wie werden wir abschneiden oh man so die erste promo being wird abgehalten vor 28.000 zuschauern und wird live und sky sports 1 gezeigt hier sehen wir noch mal alles was wir da eingestellt haben und hier die beschreibung announcers put over the fact that we are seeing Austin Aries take on AJ Styles rating F also ganz ganz schlecht dies crowd came to see wrestling and this segment to be crowds move down super hey man ihr müsst doch auch ab und an mal eine promo ertragen typen das ist die pre show hier sehen wir schon deutlich besser aus und rocky romero die viele jigsaw in 11,49 bei disqualification der hier gewinnt haben wir es so eingestellt ich glaube schon was sagen was sagt der road agent dazu jet pattern den 19 quality quality lifted the match also die announcer die sprecher haben das ein bisschen aufgewertet die color commentator gave the match boosters und noch mal nach oben ja das ist mir aber erst zu spät eingefallen dass wir da bessere leute nehmen sollten naja machste nix nächster versuch die promo von austin aries hat an interview hyping his upcoming similar match mit aj styles this crowd came to see wrestling oh alter die sind aber auch verwöhnt leck mich fett d d d och gott ey wie schlecht haben wir denn bitte abgeschnitten kody rhodes defeated zackrider by submission äh lifted the match lifted the boost mhm die sollten doch aber das publikum anheizen haben die wohl nicht geschafft ja hier haben sie wieder hä wir wollen wrestling sehen ne 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 und wenn wrestling läuft ich sag dazu gar nichts weiß wie wollen wrestling sehen und wenn wrestling läuft finden die das mit scheiße das ist doch bobby rute fiel die usos wenn bobby rute rief der item bobby rute und christian jetzt tag team titles einmal gesagt dass die gewinnen sollen ja ne ich weiß nicht doch ich glaub ich hatte bobby rutes gesagt der soll gewinnen an auch alter ihr seht wie schwer das ist die zuschauer zufriedenzustellen die sind mit gar nichts zufrieden aus den er ist hatten wir gut ist kult cabana russes kopf ikrase versus kold engel bekommt die note b ich fasse es nicht die wollen doch wrestling sehen und jetzt haben sie b den note b wir sind gut unfortunately this match had to content with a restless crowd the performance of Kurt Angle stood out as being good kold cabana is improving in rumble skills kold cabana is improving in performance skills kory grace is improving flying skills ok 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 match prestige ist auf der fall das beste match bisher gewesen und ja das main event kann da leider nicht mithalten das war zu erwarten austin aries defeated aj styles in 9 minuten 37 bei submission during the match we also had samoa joe run in and attack aj styles aj styles just don't click at all in the performance den 19 15 mensch was heißt denn just don't click at all dass die keine gute chemie haben oder wie interessant ihr seht es ist verdammt schwer und das wollen wir natürlich wieder nicht sehen oh wei oh wei ich sehe das ist schon ja tat nicht gut für unsere popularität also merkt euch matches 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 komischerweise es lag wahrscheinlich daran dass ich hier einen anderen modus gewählt habe eine andere ausrichtung als das eben war in meiner testaufnahme hatte ich nämlich eine andere ausrichtung nämlich dieses normale oder was ich auch immer da hatte und da kam dann die meldung ich sollte bitte mehr backstage sequente und ankles einbauen jetzt habe ich das gemacht war das wieder komplett verkehrt ja machst du nix junge 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 naja man kann nur lernen und das fürs nächste mal besser machen und das schaffen wir hoffentlich gehe ich doch mal fest von aus wie gesagt ist extrem wichtig welche ausrichtung man seiner promotion gibt je nachdem wollen dann natürlich je nachdem wo man hin fährt dann noch mal die fans was komplett anderes sehen und ja man kann da nur daraus lernen wenn man einmal ein fehltritt hatte wobei so schlecht war es jetzt auch nicht wir hatten ein b match dabei das ist ganz okay also damit war es das aber erst mal während das hier lebt und wenn es fertig geladen ist zeige ich euch noch den screen und dann war es das erst mal und dann warte ich gespannt auf eure auf eure kommentare und je nachdem werden wir dann noch mal die aktuelle 2000 13 demo probieren mit dem kann man aber nur einen monat spielen aber gut so weit werden wir ähnlich kommt zum antesten reicht der monat locker und ja wie gesagt auch gut bei märkte ich eben erst nach hause gekommen bin hat sie im fifa let's play schon mal gesagt dass aber erst später rauskommt sehr wahrscheinlich ja mit meiner jugend geben spiel gehabt die haben gewonnen sind meister geworden haben wir noch ein bisschen party gemacht also ein wasserschlag quasi beziehungsweise die jungs auf mich und ja ich habe jetzt noch nichts gegessen noch nicht ganz so viel getrunken und deswegen bin ich ganz klar war ein langer tag aber ich tue das gerne ich mache es für euch und ich hoffe ihr habt trotzdem spaß daran ich weiß es sieht alles hier so ein bisschen langweilig aus aber ihr müsst das wrestling begeisterte können wir da sicherlich auch helfen während das jetzt fertig geladen hat was haben wir denn für ein alarm has no announcers wir gucken mal die ww resultat hat 30.000 zuschauer gehabt show rating b minus oh gott wir hatten 28.000 zuschauer c minus ja mit der ww kann man noch nicht anstinken eva maria entlassen justin roberts entlassen soto marcelo rodriguez kreizmann justin king oksana jojo offerman ihr seht alle alte namen manche kann man auch ganz gut übersetzen howard finkel entlassen dick red kali entlassen bukati entlassen road dog entlassen die wwe hat schwere geldprobleme scheint mir ist ja normal ich hab denen die halbe promotion weggekauft schau michaels entlassen brutal entlassen uiuiui entschuldigung dass ihr euch mein gene antun müsst wir haben acht neue nachrichten denn engler offer bpw jawoll mgw brokens sw ewa ich kenne die alle gar nicht hier und zwar eine millionen 58 858 zuschauer haben unsere wendung auf sky sports verfolgt und die waren hoffentlich zufriedener als die anderen die live da waren kann man da irgendwas machen der wasser will eng auf locker und die sich schütte mir du wirst du gibst du lockern vor mannen kautik ja beim letzten mal hatte ich zu viele ich ihr seht es muss man muss so viele dinge beachten für so ein amateur das erste mal spielt wie für mich ist das recht komplex your next get you event ist hiel of unsere zweite show mit dem anderen roster und da müssen dann echte kanonen drin sein sie empfangt daniel brian und schieß mich tot geschielt alle 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 in der promotion aber das soll für den ersteinblick reichen wenn ihr mehr davon sehen wollte sagt mir bescheid und bitte auch direkt in die kommentare schreiben ob ihr weiter hier diese 2005 version sehen wollt oder ob ich mal die 2013 demo anspielen wollte dass er da einen besseren blick rein bekommt wie weit dieses programm hier aktuell programmiert ist und würde ich sagen danke fürs zuschauen liebe leute und ja schreibt fleißig kommentare lasst ein abo da falls ihr es noch nicht getan habt und ansonsten sehen wir uns wieder ciao ciao da 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 Bis zum nächsten Mal.